Kilo 5, bravo. Mienenverletzter. Wir haben einen Verletzten. Bitte, komm, hier ist Kilo 2, bravo. Das ist sie, die Kayaki-Talsperre. Um die geht's. Da ist das Wasser, das Waschhaus. Wir sind um die 16 in Athen. Acht oben in der Normandie. Ken, deine Mutter sieht jeden Monat besser aus. Tritt dir was ab? Ein paar Raketen gehen manchmal im Tal hin und her und das war's. Ein Glück, auch wir haben keine Munnen. Na dann, Ladies. Funkcheck, wenn ihr unten seid. Kommt heil zurück. Bleib auf geräumten Wegen. Kilo 5, bravo. Hier ist Kilo 2, bravo, komm. Wir liegen überall. Minenmann. Wir gehen nirgendwo hin. Transport unmöglich. Einsatzort befindet sich in einem Minenfeld. Du lässt diesen Mann nicht mehr los, bis er oben ist. Los Mann, komm her. Beweg dich. Aber du stirbst heute nicht, mein Alter. Was mache ich jetzt? Tag, was soll ich tun? Der löst die Nächste aus. Lass ihn liegen, lass ihn! Halt einfach durch. Wir holen dich hier raus.